Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Sonic Mania Plus. Ja, wir fangen natürlich einen neuen Spielstand an, den spiele ich nicht. Zeitlimit an, Debugmodus aus, Sonic-Fähigkeit Mania and Knuckles ist auch aus. Dann geht's jetzt los. Bis zum nächsten Mal. Und wir starten der Green Hill Zone. Ach, da kommen Erinnerungen hoch an das frühere Sonic-Let's Play. Oh, da hat es gerade ein bisschen gehangen. Ach ja. Oh. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Also, jetzt haben wir schon 5 extra Leben. Hui. Hier kann man ja nicht mehr durchfallen wie in Sonic 1. Der konnte immer einfach durch den Boden fallen. Jetzt haben wir noch ein paar Rings. Ist der O? Nö. Okay. Extra Leben! Das haben wir nicht... Okay, haben wir nicht. Okay. Ich dachte, wir haben jetzt den, ähm... Dings verpackt. Jetzt haben wir den extra. Ah. Den Schnappmonds, den Chaos Emerald. Das ist nicht... Jetzt schnapp uns den. Genug Power. Und wir haben ihn. Ähm, ups. Ich hab die Mod drin, dass ich Hypersonic hab. Egal. Ich find Hypersonic ist sowieso besser als Supersonic. Oh, in 10 Minuten ist es schon 3 Uhr nachts. Es wird ein neues Video. Ich spiel niemals Sonic um 3 Uhr nachts. Okay. Schnell das holen und los geht's. Eggman's Spielzeug. Jetzt ist die Musik weg. Egal. Perfekt. Äh, ja. Jawoll. Und das war Akt Nr. 1. So, wenn wir nach links gehen. Haben wir ein Extra-Leben. Wuhu. Ihr startet hier Akt 3 bei Sonic 1. Und hier gibt es Special Stages von Sonic 3. ами. Bis zum nächsten Mal. Ey! Entstratz-joo-n. Hey, da waren doch noch welche. Aber man bekommt kein Chaos Emerald, sondern ne Coin. Hier oben ist ein Chaos Emerald. Ich glaube, ich gehe dafür falsch. Yep, ist Hammond. Blueskates. Blueskates. Perfekt! Aber ehrlich, wenn ich Super Sonic sehen will, spiele ich Sonic 2. Oder guck Sonic X, das sehe ich Super Sonic auch. Nee, diesmal nicht. Äh! Wir können Brücken abbrennen. Hier bewirkt es... Hier ist noch mehr davon. So. Ich hasse die Stiefel. Egal. Ja! Speed up! Hier war ich noch nie da unten. Der Death Egg Robot. Komm, schieß. Schieß Dr. Robotnik. Au. Hei! Ja! Das war jetzt schlecht. Jawoll! Tales erledigsts für mich. Perfekt. Eggman mit seinem Roboter-Lakaien. Guck! 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 Das war jetzt ein Dimi-G-Vide? Die Chemikai-Plant Zone. Räumen wir in der nächsten Episode auf! Deshalb würde ich sagen, ihr lasst eineuspositive Bewertung da. ein Daumen nach oben drückt auf den Abonnieren-Button und aktiviert die Glocke um keine Videos mehr zu verpassen und wir sehen uns dann im nächsten Part Ciao